Oh, weh dir als erstes, was hat's so gepenischt. Wie man sieht, haben wir wieder einigermaßen genug Essen. Und wir haben da unser Burger rüber. Weißt, wir haben da wahrscheinlich bald unser Holz, die vor uns oben bauen, unsere Förster und so, weil, ich weiß nicht, das ist einfach, da kannst du eher Heiser herbauen, die nicht so drachisch sind. Und dann, das werden wir lieber, wenn wir das dann da oben bauen. Und dann können wir da irgendwo einen Steinbruch herbauen. Und das wird auch noch mal ganz entspannt. Und dann haben alle irgendwann gleich weit zum Essen, und das ist dann schon zentral da. Im Prinzip könnten wir da auch noch fehlen, aber da. Ja, das sehen wir auf alle Fälle. So. Natürlich ist jetzt auch wieder eine Woche lang alles ausgefallen. Jetzt müssen wir natürlich mal ein bisschen Speed geben. Mal schauen. Zwei, zwei, drei, zwei, okay. Sechzehn. Mal irgendwo ein Baustein. Ah ja, da oben noch Baustein. Holz haben wir. Deswegen muss man��got da schauen, dass man immer wieder Holz machen soll. Nein, aber wollen wir auch nicht sonst einmal kurz direkt. Wirklich nicht. Oh, das kann man nicht grundleglich viel noch. Jetzt haben wir schon mehr. Ah ok, wir holen jetzt schon mehr. Das ist ein Side-Panel. 60g. Das passt noch nicht so ganz. One point. So, da da. Jetzt habe ich mir das erstmal aufgerissen. Jetzt muss ich erstmal fertig gedacht. Wir wollen es nochmal. Jetzt wollen wir mehr aufwarten. Ah ok, da haben wir noch mal die Bausteine, ok, da haben wir 3 und da haben wir 3, dann kann es jetzt warum noch 16 Bau weitergebracht werden, das sind irgendwann mal 1.40 Uhr 1.40 Uhr 1.40 Uhr 2.40 Uhr 2.40 Uhr 2.40 Uhr 2.40 Uhr 2.40 Uhr Was ist da raus? Ja, ganz gut. Letztens haben wir da einen Pilzkorb. Das ist 2 Minuten später. Der wird jetzt halt auch nicht. Okay, da braucht es auch schon ein Haufen. Okay, okay, okay. Okay. So, dass das nicht da kann, aber. Sorry. Hey, wie kann es einem so wenig Kräuter haben? Da haben wir zwei Kräuter sammelt. Zwei. Das ist natürlich mega. Das ist zwei, ihr euch gesammelt habt. Da haben wir so wenig Kräuter beim Notstand gehabt. Mit dem Essen. 2060, okay. So, okay. Kräuter sammler. Jäger. Jäger sammler. Kräuter sammler, okay. So, wir fangen uns jetzt auch schon an. Das ist schon mal ganz gut, so. Ich würde ja schon gerne mal da unten weitermachen, aber ich brauche jetzt glaube ich erstmal ein paar Häuser. Jetzt habe ich das Gefühl, dass wir jetzt wieder Häuser brauchen, dass die Leute da irgendwo mal wohnen können. Aber ich glaube, jetzt bin ich gestorben auch schon wieder. Mal gestorben bauen. ... ... ... Was ist die Lose weiter? Das war's für heute. Erstmal in 2 Was wird noch mal passieren? 2 Schauen wir mal, dass das da unten unter wird Vielleicht kann ich so schlecht machen Schauen wir mal die Sammler Schauen wir mal 6.000, das ist schon mal ganz gut Das ist komplett früh, das Lower House Das ist schon mal die Kultus am Neurochand 4.30, ok Schauen wir mal oben 2 2 So Das heißt so wenig Machst du so wenig? Hm Das war schon komisch Uh, irgendwo ist er noch nachgerutscht Das ist ein Podon dazu Oder Ich sehe, irgendwann er nachgerutscht, dass ein paar älterer hier ist, da die Stromrubinden Ich glaube das werden wir machen, das können wir wahrscheinlich lassen, weil das ist relativ gut Gut, aber dieses Da ist wirklich Da muss wahrscheinlich den Bräutersammler wegreißen Da muss man mal schauen, wie es ausschaut Das fang ich ganz gut Der 2 Das kann doch nicht sein, jetzt fangen wir so an, jetzt hat er wieder 2 Oh, es doch mehr sein als die 2 Aber Was macht das sonst nichts mehr Das Gefühl, du hast uns wenig Blots für das alles Das Gefühl auch wieder Nur da mein Bam Bam Ich glaube eher das Storna, an dem wir uns ausgingen Pfff Storna 40 Eisen Oder was Ja Oder was Ja 40 Storna Ist schon fertig Du sagst 40 Storna Aber nee Oh, Heiserbahn 5.5 Heiserbahn Oder so Bahn Ja Ich habe hier noch einen Schuhler bus 2 Das ist komisch Aber das stimmt doch nicht Aber hier habe ich ja einen schlechten Spot da Das waren ziemlich schlechte Gräuter-Spots, habe ich das Gefühl. Was machen wir da ja zu, wie? Ich kann es nicht mehr auf den Mist. 50 machen. Darum werden wir sowieso ein Holz machen. Jetzt werden wir so wenig heißer und haben schon 50 Einwohnen. Damit haben wir das alles wieder hochgeführt. Es ist auch leicht eine Pulsung zu bauen, weil es viel wichtiger ist. Also zu meiner Meinung benutzen, was die wichtiger hat. Ich finde es aber gut. Es wird jetzt richtig flessig dauert das Mogul. So. Da. Provenzini und Schuhe. Nein, das heißt. So. Huch. Da sind. Und Schiffe. Auf einmal werden wir gleich mal ohne zum Sammler machen. Da. Da. Wir haben die zwei auch noch gleich. Sehr wurscht. Wir haben ja noch dritts. Lagerhaus bauen müssen. Da. Ich wollte schon wieder nochmal rein haben. Das ist ja nicht das optimale Ding. Aber. Man muss es machen. Jetzt wird das nichts. Wo sonst. Steinvorräte. Braucht man sowieso nicht mehr. Braucht man sowieso nicht mehr. Braucht man sowieso nicht mehr. Ja. Pfff. Pfff. Hm. Schau. Ich gehe mit die Kräuter. Ich habe nicht so wenig Kräuter gehört. Ich denke, wir müssen die Kräuter vorfüllen. Kräuter Dinger her bauen. Ich glaube, wir müssen die ganzen Dinger da. Das sind so Sammler oder Kräuter Dinger. Ölze. Ganz komisch ist das irgendwie diesmal. Das ist eine kleine Kräuter. Oh nein! Das ist ein kräuter. Das ist ein kräuter. So kehrt sie das. Genau so kehrt sie das. Jetzt macht es das auch noch fertig. Wo ist das für heute? Hör einfach auf. Ich muss noch 2x mich nicht hören. Wir müssen doch gleich mal rausstehen. So. Und wieder acht Teils am Meer da. Wir haben da herum auch noch. Ja, aber interessant ob der Kräuter sind da herum. Bis er einen Spot hat. Der hat anscheinend einen mega kacken Spot. Der hat ja auch die Ophiri, Alter. Vierzehn. Ich weiß nicht, ob ich sonst so fake hab. Ich weiß nicht, dass da so wenig auf einmal was da ist. Ganz komisch. Naja. Also ist noch mal die Kontrolle. Okay, ich sage ja, schaut doch das so schwierig aus. Ich leide doch mal was zu holen nochmal. Ich weiß nicht, was ist denn da los? Ich weiß nicht, was ist denn da los? Ich weiß nicht, wenn man ja so langsam arbeitet. Hm. Ja. Ich weiß nicht, was ist denn da los? Ich weiß nicht, was ist denn da los? Ich weiß nicht, was ist denn da los? Das war's für heute. Das ist lustig, den Baum haben wir erst letztes Mal abgepflanzt und vor dem Jahr sind da schon so viele hier Ich frage jetzt überhaupt den mal, erzählen wir mal wieder gleich mal und schauen wir mal Jetzt ist ein guter Glüh bei der Schmiede Ich muss natürlich das hier bekommen Ich will einfach keine Gruppe zahlen Und dann schwirper noch Grusche So, jetzt habt ihr alle wieder ein Zora Passt das auch Jetzt wird es wieder mit dir, ich will nicht loszuhauen Wenn wir von der Pokern zum Oberflachs Ja gut, wenn es euch gefühlt hat, loszaurolos, like, dann müssen wir jetzt zum nächsten Mal Also, have a dearie